Musik 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 Amina Koi, Leute! Hahahaha 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 Hoch die Hände, Wochenende Hoch die Hände, Wochenende Ja, schaust du gar nicht? Freitag Ja, it's Friday Kennt ihr das auch? Ja, das kennt einfach jeder Ja, mit den 10 Millionen Dislikes Läuft bei ihr Das ist übrigens keine normale Runde Ja, wir sind alles YouTubers YouTuber in der Runde, Screen Alles YouTubers in der Runde Gibt's hier irgendwo Bronze auch? Äh, nicht Bronze, hier ein Ding, Eisen-Ding oder so? Äh, ne, also das gibt's Grundsätzlich nicht Wo ist denn Eisen? Hinterm Busch hier, hinterm Baum, ne Leute, ich bin gleich in der Mitte, Leute! Du sollst ja nicht vorratschen Mir reichen die Blöcke nicht, ne Ja, also ich komm Ich hab Blöcke, ich hab Blöcke Labo-Phase und Phil, wir sind so ne ganze YouTuber-Runde Das wird doch was Ja, ich bin in der Mitte Das wird doch nix Dann hol mal, dann hol mal was Ja, der lag wie Kacke, Mann Ja, irgendwie schon, ne? Oh shit, da kommt der nächste Ohhhh Habst du das irgendwie, Egei? Ich geh noch mal kurz zurück Sag mal, wo hast du denn das Eisen her? Für das schweißen Eisen Ach da unten Hast du Gold? Ja, eins Oh, das ist schon mein Eis Ich hab eins Gold Also das wird jetzt vier Stück Safe für den Bogen Ich kann mir einen Spitzhacke kaufen jetzt Ich hol mir jetzt einen Spitzhacke So, alles klar John, wir kommen nach Hause Wir haben reiche Wolle Ist das Essen fertig? Ja, Essen ist schon fertig Kann ich mal ablesen kommen? Ich geh jetzt mal in die Mitte so ein bisschen So, und wo ist das jetzt? Da unten? Wo, wo ist denn hier der Keller? Irgendwo bei diesem Aussichtspunkt da irgendwo Ach so, ach so Voll unauffällig Erstmal hier alle flamen Wir legen alle gerade oder nicht? Wir legen alle gerade oder nicht? Jetzt ist wieder besser Wir legen alle gerade oder nicht? Wir sind zu cool für Tim Speak So Hoch die Hände jetzt Es sind wir? Okay, es sind wir Au, hinter mir, hinter mir Ja, ich seh's Was ist hier denn los? Du hast einem auch Da war zu viel Lust Pass auf, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen Scheiße, scheiße Okay, ich bin down Lass sie nicht durch Nice, die sind einfach alle runtergefallen Geil So muss das sein So muss das laufen Ja, ich dachte auch, jetzt Opfertime hier Fratzen Ich hatte einen bis eben Oh, da war viel Wieso, wieso stirbst du denn auch, Mr. Moor? Du hast doch Bogen gehabt, Alter Hier ist ein Busmeister für einen Ne, das finde ich gar nicht gut Finde ich gut Da Ich glaube, Phil lag ein bisschen Die legen alle Ja, Phil hat einen ganz schönen lag Kein Pingplayer heute Sehr schick Sehr schick Gelb hat einen Bogen Gelb hat einen Bogen? Ja, aber ich hab Felsen da auch mit dem Bogen Felsen, Fabulous Phil, okay Wer ist denn der Blaue, der da steht? Der da backt Der beats Der am backen Oh, pass auf Haupt, na Alles klar, aber mein Knockback-Stick Hast du einen Knockback-Stick dabei? Wieso hast du dir denn kein Schwert gemacht? Hä, weil ich kein, weil ich kein Eisen hatte Hä, du hast doch gesagt, hinten in der Truhe ist Eisen Ja, das ist zum Saving gewesen Ich wollte eigentlich Errushen gehen Ah, ich war runter Boah, Team Gelb ist schon kaputt Okay, wir sind nicht Erster Yippie Erfolg Hackers, ey, alles Hacker So, hier, guck mal, willst du noch einen Eisen haben? Hier, Airon Airon, ne Oh, guck mal Team Gelb wurde vernichtet Uuuuh Shit, man Die Arme, Alter Von wem wohnt ihr denn so weg, du warst? Was ist los bei euch hier? Hä, was ist los? Hauptnah Ja, Benni, ja, Bennix kommt auch noch geil Wir brauchen um den Gold heute, ne? Ja, lassen wir mal irgendwie versuchen, jetzt noch was zu starten Ja, das Problem ist, die sind da irgendwie schon ein bisschen am Start Und sind, glaub ich, ein bisschen besser ausgerüstet als wir Ja, ich krieg's mal Warte, ne, warte, warte Ja, alle, alle Ich würd gern mitkommen Ja, dann komm halt mit Wir müssen, glaub ich, mal echt alle Da hingehen, ne? Mal einfach alle zusammen Es ist aber auch nur einer, da ist nur Hauptmann grad in der Mitte Ich geh jetzt, ich Ich geh jetzt, ich Okay, alles klar, dann komm ich, dann versuch ich nochmal anzugreifen Irgendwie so ein bisschen Oh ja Er geht weg, er läuft, er läuft schon weg gerade Bekomme ich nicht mehr noch einen Hit noch mitgegeben Aber es reicht nicht für ganz Ich pack die Mitte erstmal Also hat er wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen Gold mitgenommen Okay, nice Verdammt Er hat er ein bisschen bekommen leider Ich hab auch noch drei Herzen gerade Und ich bin down Sehr gut Ich hab einen mit Bogen down Aber du bist auch down, oder was? Ja, ja, aber ich hab doch... Achte, was? Nein, der ist nicht down Warte, da ist ja noch jemand anders Ben, der hat auch noch einen Bogen Ist der bescheuert? Es geht nicht Was fällt dem ein, der Bogen zu haben? Was ist bei dem los, ey? Was ist bei dem schief? Nein, ich hatte einen Oh, der kann gar nicht mehr so viel Leben gehabt haben Oh Gott Der bekommt von mir einen Durchschnitt Ich hatte Falsschaden Ich will, wenn deine Folge draußen ist Der kriegt von mir einen Durchschnitt Daumen runter, so Gefällt mir nicht mehr Okay Ja, die haben jetzt Bogen, ne? Haupten hat Bogen, glaub ich Ja, die haben beide Ja, okay, alles klar Müsst du mal kurz ein bisschen Wow Da kam er schon geflogen Ja, ja Hoch die Hände Hoch die Hände Hoch die Hände Irgendwie haben wir Hätten wir irgendwie Also, weiß nicht Irgendwas schiefgelaufen In unserer Planung Machst du ne Planung? Ja, also Das mein ich ja Genau das Aber gut Wir sind halt bestes Team einfach EU US Überall So Hallo Dom Dom Ey Dom die schießen auf uns Digga Digga die haben Bögen Scheiße Lass mal schießen Wir müssen mal gucken Wir müssen mal gucken Shut me down bang bang Warte, jetzt musst du noch flämen Yo, jetzt baut er auch noch unseren Weg ab Nix Ja, als ob Oh, ohne Witz Diese typische Bobby Taktik Ey, oh nein Das ist richtig Bobby Taktik Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie 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 Ja, ich bin auch drauf Bin auch drauf Ey, jetzt nicht mehr So Bam Ich hab sie zerstört Zerstört, passt Zerstört, passt Zerstört, passt Alter Der braucht sich von oben Alter Komm ich grad nicht mit Der checkt gar nix Hoffentlich Nein Hoffen hat's gesehen Ja Ich kick ihn weg Mit meinem Knockback stick Junge Benix war doch noch da Schade Ich bin Ich bin Down Baby You are down 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 Ich mach wieder Rückzug Ich hab zu wenig Leben Hoch die Hände Ja, ich hab kein Essen Ich warte Ich glaub wir müssen mal uns Was ist denn Was ist denn jetzt mit Blau und so Die kommen auch nicht irgendwie in die Pötche Oder? Blau ist Am Ja, Blau ist glaub ich Genauso abgefuckt Wie wir Ja, da ist ja auch Ahari drin Ja klar Die ist jetzt auch abgefuckt Alle abgefuckt Hörst du die noch nicht? Wir müssen jetzt Schreien Schreien So, stopp Leute Wir müssten das jetzt richtig taktisch annehmen Ja, wir gehen jetzt taktisch Also Wir müssen uns erstmal auch alle Equipment So, seid ihr bereit? Ich bin equipped Ich bin gut equipped Wir müssen erstmal eine Zwischenbase auch noch machen Warte, ich brauch noch ein Dings Am Brustpanzer Das ist auch wichtig Mach kurz die zweite Zwischenbase Und dann müssen wir mal probieren Irgendwie dazu zu waschen einfach Ja, wir sind dabei So, keine Ahnung Müssen die halt am besten alle erstmal auf irgendwen Auf alle Alle auf allen Ich mach die nächste Zwischenbase Ich mach die nächste Zwischenbase Komm, bitte pass auf Versuch es Vorsicht, von der Seite Also von da, ne? Hast du? Okay, scheiße, ja, ja Wir müssen da halt noch ein bisschen schützen Dann schaffen wir das vielleicht Ich fall auch runter Ohhhh Er fällt auf, was kannst du eigentlich, Mr. Mo Ich nicht Ja Ich lebe noch Ich stehe hier noch Yippie, aye, aye Schmolle zu früh waren Ja doch, ich freu mich jetzt hart Also ich hab hier die Zwischenbase errichtet übrigens Also wer gerne kommen möchte, ist herzlich eingeladen Oh, okay Okay, alles klar Lass uns nochmal kurz equipten Sind wir alle equipt? Also ich steh hier noch Aufrufezeichen Und ich stalk mal eben kurz Wir müssen ja nicht aufpassen Stell dir vor, wir sind alle drei un-equipped Und die ficken wir uns dann Die rennen zu blau Die rennen zu blau Benic steht da noch Pass auf, pass auf, der schießt Aber den holen wir uns jetzt, oder? Aaaaaaah Haben wir noch Gold Jetzt, schnell, rauf da Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da Alle auf ein Ich hab Gold, ich hab Gold Ich hab Gold, viel Gold hab ich Kick ihn, kick ihn, kick ihn Bau, da, 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 da Ich mach Blöcke, ich mach Blöcke, ich mach Blöcke Ich mach Blöcke, Leute, ich mach Blöcke Ja, nice, okay Blöcke, Blöcke, Blöcke Warte, 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 pass auf Ich bin tot, ich bin tot Nein, ich bin auch tot Alter, ich hab mich, ich mach Blöcke Alter, ich brauch doch einfach Blöcke oder so Ich hatte keine Blöcke dabei, verdammte Okay Okay, aber da war grad ein blauer, ne? Alter, wir sind jetzt das letzte Team Jetzt wird's interessant Ja, ich hatte Gold, ich hab keine Blöcke Ach, im Menu Jetzt müssen wir die aber echt mal irgendwie ein bisschen ratschen Er hat einen Stärketrank, er hat einen Stärketrank, er hat einen Stärketrank Was hat der? Wo, wo ist der denn? Der Stärketrank Bennix kommt, er hat einen Stärketrank Jetzt müssen wir uns gut überlegen Das ist Benni, nicht Bennix Pass auf, der haut aber richtig schnell tot Ja 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 Ja, warte Er ist auch wirklich runtergefallen Ja, er ist runtergefallen Nice Nein Sehr gut Sehr gute Reaktion Okay, jetzt Wir müssen Die Mitte Wir müssen den, wir müssen den quasi das Gold wieder entziehen Uns das Gold holen Das ist ne gute Taktik auf jeden Fall Wir haben einfach kein Gold Ja, ja, den, den Gold entziehen Wir holen uns Gold und dann zerstören wir die Achso, da war einer auf dem Weg Ich hab da jetzt keine Ruhe Von überall Da kommt einer, da kommt einer Da kommt wieder einer, aufpassen, ja Ist das ein, das haut nach Nein, verdammt, ich dachte der bleibt oben drauf, weil er so intelligent ist Und hau ihn wieder runter Nichts nicht, aber schneiden Ja, ich hab ihn runter Ich hab ihn runter Ich hab ihn runter Ja, nice Boah Geil Bist du, bist du da? Bist du in der Mitte? Ich kann gerade in der Mitte Okay Okay, dann geht die Mitte Warte Den müssen wir, den müssen wir irgendwie, der muss auch noch weg Und dann ganz schnell dahin Hoffen, dass die kein Gold haben und schnell weg da Hast du Banks? Der schießt auf mich, ich bin tot Benny kommt, Benny kommt, Benny kommt, Benny kommt, Benny kommt, okay Ich bin wieder in der Mitte Und Banks schießt, Benny schießt, alle schießen und töten mich, scheiße Wir haben echt viel, ne? Jaja, pass auf, pass auf, Benny kommt schon wieder Ich probier den mal ein bisschen weiter vorne direkt aufzuhalten Ja, ich hau ihn von hier wieder runter gleich, wenn er kommen sollte Das Problem ist, ich hab keinen Ja, nice Hab ihn, ich hab ihn Aber Benix steht da noch Benix, ach schade, ey Scheiße, ich hatte keine Blöcke, verdammt Ich hätte Benix runterhauen müssen, irgendwie Machen wir's jetzt am besten, Leute Weil der stand da richtig ungeschützt So ein Mist Weil das war auch der Ja, das war halt der einzige, der, glaub ich, da noch grad einen Bogen hatte, ne? Ja, das wollte ich auch nicht so gut runterschubsen, deswegen den Safeway und so Ja, ja, deswegen, das ist ein bisschen schwierig Ich hab ihn abbauren den Safeway Ich baue den Safeway ein bisschen ab Pass auf, ach so Warte, Benix kommt leicht Probier mal, geh einfach mal irgendwie nach vorne und probier den da mal runter zu schmeißen Ich probier's jetzt mal einfach Pass auf, pass auf, der schießt, der schießt Ja, alles klar Ich will noch was essen Und jetzt einfach asozial Flyhacks anmachen, okay Jaja, Flyhacks, genau So, Hacks sind an So, scheiße, er ist zu schnell Nein, nein, er war zu schnell Ja, ich bin da Ich bin da, ich bin da Er war nicht weit genug in der Mitte, äh, weit genug bei uns Sonst hätt ich die noch, hätt ich die in 100% noch gekriegt Ja, das, das schaffen wir von da nicht Das ist oft was, ne, ich geh zurück, rückzug, ich mach rückzug kurz Ja, da immer noch steht dann immer diese scheiß Bogenvorteil grad Naja, du kannst da grad mal nix machen, irgendwie Wir kriegen deren Vorteil auch nicht weg, ja, das ist echt Das ist ein bisschen Scheiße Ich muss, dass wir's überhaupt schaffen Ich muss, dass wir's zu lange schaffen, die überhaupt da aufzuhalten Wir müssen halt irgendwie versuchen, die auf dem Weg, wenn die hier hinkommen, irgendwie zu töten Pass auf, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben Okay Baut euch gleich mal irgendwo hoch Ich mach, ich mach schon, ja Ich bin auf dem Weg Pass auf, da kommt einer, da Hauptner, 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 Hauptner Ja, alles klar Pass auf, alle, alle am Waschen hier Ja, das wirkt wahrscheinlich nichts Irgendwer, irgendwer ist noch da, irgendwer ist noch da, pass auf So, ich hab Benni, ich hab Benni, ich hab Benni Wer ist noch, Hauptner ist noch da Hauptner, Hauptner, Hauptner ist da, aufpassen Pass auf, jetzt, ja, 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 warte, haben wir alle weg, haben wir alle weg Wo ist, wo ist Bennix, kommt, Bennix, kommt, Bennix, kommt, Bennix, kommt Scheiße, den müssen wir jetzt gleich killen Kick, ich kick ihn runter, kick ihn runter Hast du? Hab ich, hab ich nicht, mein Nein, nein, nein Mor, wo bist du? Der ist noch da Ist noch da Nein, pass auf, er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da, hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn Ja, wir holen ihn, holen ihn, holen ihn Ja, 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 wir müssen, block ihn, block ihn, ganz schnell wieder rein Nein, verdammt Bist du tot? Oh Mann, Mori, wo warst du denn? Ja, ich dachte, wir schaffen uns Mori, nein, wir hätten es fast geschafft Das ist ganz allein dein Fehler, das darfst du dir jetzt ankreiden lassen Aber es war irgendwie super interessant, dass wir die grad eben noch alle richtig weggeklatscht haben eigentlich Ja, auf jeden Fall Also es hätt sich auf jeden Fall noch wenden können Auf jeden Fall, das hat sah ganz gut aus für uns Loll Mein Gott, ey GG GG GG, geh mal Bier holen Alle Hacker Ja, Leute, das war die erste YouTube-Runde, wisst gar nicht so gescheiße gelaufen wir uns eigentlich, wir waren echt gut dabei Ich wollt mich gleich wieder zurückporten, Alter Ja, ja, ich bin in der Mitte, ich wollt Gold Ja Ich wollte noch Golds helfen Ja, ich wollte wieder zurückkaufen Ja, vor allem, wir hatten ja auch beide kein Schwert oder so Also das eine mal, das war echt knapp Wir standen einfach nur in diesem Loch drin Da hattest du ihn fast runter, dann hatte ich ihn beinah runter Ja Also das war echt knapp Und wenn das geklappt hätte, dann wär Mori Aber diese komischen Scheindinger da hinten, ey Mori, schön mit Gold hergekommen, Alter Und dann, äh, dann hätten wir richtig zerberste, dann wär Hände gewesen Dann hätten wir die halt wieder zurückschlagen können Dann hätten wir richtig durchgezogen Aber leider, ja, war halt durchgelaufen Aber, naja, die Runde war eigentlich ganz interessant, ganz spannend, ne Bis dann Lass den Daumen nach oben da, schau bei den anderen vorbei und das übliche halt so Genau Bis dann und dann Tschüss Tschüss Und dann